Willkommen zu Bowser's Fury! Wem gehören diese riesen Fußstapfen hier? Meine Schwiegermutter? Ach, er kann auch Münzen einsammeln für mich. Aber die wirst du mir später geben, ja? Das Trinkgeld, das landet erstmal beim Chef. Und dann gibt's 5%, mehr nicht. Oh! Uppuhi! Juhu! Der versucht mich zu grälen! Das gibt eine Anzeige. Wir verwandeln uns dann nämlich in den großen Giga-Katzen-Mario. Oder auch den Giga-Katzen-Super-Saya-Jin-Löwen-Mario. Wobei, ein Löwe ist eine Katze. Nein, doch! Hey, was bist denn du für eine süße Mieze? Die spielt mit einem Ball! Boah, Entschuldigung, bist du geisteskrank? Du blöder Bengel! Sie hat süß gespielt und du machst... Oh, habt ihr gesehen, wie sie sich bedankt hat? Das muss... Das verdient Likes. Und er schämt sich, er schämt sich. So ist gut. Mach das nie wieder! Bausi! Komm mal her! Ja, schau mal, Futter! Mh... Das schmeckt, ne? Ja, hervorragend! Lecker! Was, drei? Du warst fleißig. Da oben ist ein großer, goldener Panzer. Mit dem können wir Spaß haben. In der Tat. Ich will doch einfach nur rein, da. Komm, schnell! Bevor er zuschlägt. Was? Das ist auch zugemauert? Hä? Okay, das war... eindeutig ein Bug. Nee! Na, was ist jetzt los? Bowser kommt ja gar nicht mehr. Hängt der im McDrive fest, oder was? Ich glaube nicht. Turbo-Modus... Oh, das wird knapp. Das wird zu knapp, denke ich. Yo, I sop! Wie viel Zeit hatte ich noch? Eine Millisekunde? Weil die Null... Die war gefühlt schon eine Sekunde da gestanden. Sprachenlernen Bubble. Man kommt nicht mehr hoch. Oh, Hilfe, mein Handy. Es ist ja sanft gelandet auf meinem dicken Sch... Egal. Auf Plessis dicken Schwanz. Okay. Wie oft muss ich ihn denn treffen? Ich dachte, es bleibt bei den obligatorischen dreimal. Aber nein! Digga, was zur Hölle? Ja, moin! Jetzt ist es ja aber völlig am eskalieren! Warum haben die Wolken keine Katzenohren? Schlampig, Nintendo. Ihr habt nicht an alles gedacht. Doch! Was? Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßend. Du stehst wohl auf die Hitze, hm? Kein Problem, ich schmeiß dich auf den Grill. Lecker! Ich wollte natürlich nur zeigen, wie das aussieht, wenn man in diesem Spiel stirbt. Ich hab nichts gesehen wegen dem Blitz. Das ist so ein Trigger-Fest heute. Was war das? Was war das? Ich wurde weggeschleudert, wie wenn ich ein Blatt Papier wäre! Hä? Was? Ich hab doch permanent meinen Schwanz genutzt. Naja, war er wohl zu kurz? Anders als im Rue Life. So, tschau! Bis dann! Und tschau! blow! Musik 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 совr дисferiem Vielen Dank.